Beste Router mit einem Schiffsrohbsäuble. Carigold Extra, das Gold der grünen Insel. Warum schmecken Inselz-Milis und Säfte so gut? Ganz einfach. Badrum holt das Beste aus seinen Mangos heraus. Er wendet sie täglich, bis sie ganz reich sind. Danke Badrum. Nur mit perfekt gereiften Mangos schmecken unsere Similis und Säfte richtig gut. Inselz schmeckt gut, zünder. Der Kabel 1 pro Kante. Rang ans Achtelfinale der Europa League. Für Wolfsburg führt der Weg ins Finale nach Warschau über Interweiland. Die Malve im Kampf gegen alles der erfolgreichsten Topteams. VfL Wolfsburg gegen Interweiland. Den Neslag 1845 live bei Double 1 und auf Rame. Never stop. Double 1. So sieht's aus. Machst du selbst, der das mag ich nicht. Ich hatte seit 3 Jahren keine Verabredung. Jenny Bilesen. Ich war noch nie mit jener dem Verabrediger, der einen Pop-Auchsteller vom Süd. Und Aaron Eckert. Wann ich mal dazu leben? Was halten? Dann gehen wir hin. Ja, es macht mehr Spaß, wenn du es nicht weißt. Zwei ganze Kerle und eine halbe Portion. Ich rück euch die Daumen, damit es ein Junge wird. Keine Mathematik. Bei den Jungen sagt man sich immer ein Penis. Bei den Mädchen sollten sie ein Penis. Die finale Staffel geht weiter. Nummer 20, 18, 07. Kollegen sind gekommen bei dem Herbst und Nulles. Die lücke ich hatte, dass wir in der Autschufung sind. Und dann haben wir wieder zu mir. 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 Möchtlich. Möchtlich. Auch gut, ne? Geil. Bei den in der Musik. Circus, egal. Heute, 22 Uhrzeit. Ich liebe dich. Ich liebe dich. und wenn er nicht innerhalb von zehn Sekunden eine Tanzpartnerin findet, dann ist irgendetwas ganz gerne in Ordnung mit euch. Dumpelaufen Lisa, du musst wohl mit Hausmeister Willy tanzen. Pasch auf deine Zehen auf. Ich hab meine Spikes dran. Ich tanze gern mit Lisa. Schumi? Aber du bist aus der anderen Spikes, ich dachte, du musst uns nur bei Tornado-Übungen. Gott, ich hasse Square-Dancing. Sport macht nur Spaß, wenn ein zweiter Junge flämt. Also zieh es durch. Schwingt den Partner, schwingt ihn schneller, an den Kopf kriegt er die Wille. An den Kopf kriegt er die Wille. An den Kopf kriegt er die Wille. Und zum Glück ist jetzt bald Schluss, weil ich bring mein Pinkeiwurst. Endlich. Das hat Spaß gemacht. Ja, das hat uns wirklich. Aber ich werde nicht aufdringlich sein. Bis dann. Oh, warte, warte, warte. Ähm, ich wollte nach der Schule rüber in die Vinylerei gehen. Den Schallplattenladen? Ja. Möchtest du mir kommen? Auf die Gefahr hin, dass ich in die kaputte Schallplatte klinge? Ja, ja, ja. Sie werden passen. Sie werden passen. Ha! Ja! Hm, niemand ist so ein großer Jazz-Fan. Selbst die, die es gespielt haben, mussten Drogen nehmen. Ich freue mich endlich jemanden gefunden zu haben, den das exotische Tierquist im Radio genauso gut gefällt wie mir. Also, Matthew, welcher Fisch hat rote Lippen und sieht aus wie eine Fledermaus? Nun, da muss ich nicht lange überlegen. Es gibt nur eine Lösung. Der Rot-Lippen-Fledermaus-Fisch. Glückwunsch! Sie gewinnen einen Tag Aufenthalt im Käfig der Kobold-Marquis. Siehst du, Marge? Die meisten Probleme lösen sich von selbst, wenn man sich nicht um sie kümmert. Willst du noch ein Smoothie? Nur wenn ganz viel Algen und Schlier drin sind. Ach, niemand mag Veggie-Smoothies so gern. Oder überhaupt? Irgendwas stimmt nicht mit den Mädchen und ich werde dir so lange folgen, bis sie es rausschauen. Und ich werde dir dabei helfen. Du musst im Hauptquartier sein und die Telefone besetzen. Klasse! Und was sag ich? Lass sie klingeln. Alles klar! Klasse! Aus! Untertitelung. Sie ist es für die Korrektur! Klasse! clutch! Wollt ihr fuckin? Un Gen 2003-Geschreibe? Klasse! Bist du, Klasse, Klasse! Fisch! Was willst du hier? Ich habe zwei Dinge für dich. Dieser Umschlag wird entgegen verändern. Für den liefigen Preis von 5 Dollar. Und ich lege noch einen tollen Ratschlag oben drauf. Neugierig. Wie lautet der Ratschlag? Mach den Umschlag nicht drauf. Oh Gott, mir wird gleich schlecht. Komm, kannst du mir Zeit, damit sie mal eine Freude tut? Das ist schon ein Lügereiausweis. Du willst hier nicht sein. Du genauso wenig. Mom, wie konntest du sie bezahlen, damit sie mal eine Freundin wird? Ich nehme sie zu sch readiness.